Statt der 83 angemeldeten Seniorinnen und Senioren konnte Jana Wnuck die Ortsvorsteherin über 100 Rentner aus Böhlen und Seidewitz zur Weihnachtsfeier begrüßen. Im Speiseraum der Oberschule am Tümmlitzwald in Böhlen hatten die Schülerinnen und Schüler die Kaffeetafeln vorbereitet und den Raum geschmückt. Die Ortsvorsteherin bedankte sich bei allen, die bei den Vorbereitungen geholfen hatten und bedauerte, dass die Stadt Grimma ihre Seniorenarbeit quasi eingestellt habe. Nach der Begrüßung von Schulleiter Gunter Hempel versuchten die Moderatorinnen Ellen und Lena Ordnung ins Weihnachtschaos zu bringen. Dafür hatten die Akteure eine Bühne aufgebaut und präsentierten ihrem in diesem Fall betagten Publikum jenes Weihnachtschaos. Auf der Bühne gab Leander den Mr. Bean und jener Mr. Bean sollte ein Weihnachtsfest erleben, wie er das noch nie getan hat. Traditionell gestalten die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen der Oberschule ein Weihnachtsprogramm und das taten sie auch in diesem Jahr. Bereits Mitte November begannen die Vorbereitungen für ihr Programm. Texte und das Manuskript wurden geschrieben sowie die Playlist für die Weihnachtslieder erstellt. Vieles davon entstand während der Freistunden oder zu Hause und natürlich war das Theaterstück auch Teil des Unterrichts. Unterstützung erhielten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b von ihrer Klassenlehrerin und Englischlehrerin Manuela Pollock sowie ihrer Musik- und Kunstlehrerin Simone Wankmüller. Und natürlich gab es auch weihnachtliche Musik. Dafür sorgten der Schulkorps und die Instrumentalgruppe unter Leitung von Alexander Beurich. Und was hört Mr. Bean? Natürlich englische Weihnachtslieder. Die weihnachtlichen Vorbereitungen im Hause Bean liefen nicht besonders gut und so brauchte Mr. Bean Hilfe von seiner Freundin. Und wenn man denkt, es geht nichts mehr, top das Vorlein mit einer Idee daher. Schlussendlich gab es doch eine fröhliche Weihnacht im Hause Bean und der Weihnachtsmann konnte kommen. Die Plätzchen, welche Grinch, Elfen und er nach dem Theaterstück fleißig verteilten, hatten die Schüler im Unterricht gebacken. Aus Kapazitätsgründen erhielten sie Unterstützung von ihren Lehrerinnen. Diese haben am heimischen Herd Manchkuchen und natürlich auch Plätzchen gebacken. Die Tüten dafür gestalteten die Schüler selbst. Das Weihnachtsfest ist ja doch perfekt. Aber auf dich kommt nichts mehr dazwischen. Richtig, das war genug Chaos für euch. Lass und recht ein richtiges Weihnachtschaos. Hohe Weihnachten! Die Moderatorinnen verabschiedeten sich und der Schulkor mit seinen Sängerinnen und Sängern aus allen Klassenstufen wünschte musikalisch frohe Weihnachten für alle. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, everyone! Nach gut einer Stunde Programm ging die Seniorenweihnachtsfeier in einen gemütlichen Kaffee-Nachmittag über. Und wer wollte, konnte im Foyer über den kleinen Weihnachtsmarkt der Schule schlendern und ein wenig die Klassenkassen der Schüler auffüllen. technologies节-PAge espere 2 12 25 26 25 26 27